Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Symphoniker. Wir freuen uns, Sie hier im Lerchenfeld II begrüßen zu können. Erst einmal ganz, ich muss Ihnen gestehen, ich bin immer furchtbar nervös, wenn ich im Theater bin oder im Zirkus und ich sitze in der ersten Reihe und irgendwie ist das dann so eine Inszenierung, wo dann der Schauspieler oder der kommt dann nach vorne oder macht der irgendwas, dann werde ich immer ganz, ganz rot und verkrieche mich immer im Sessel. Deswegen jetzt erst einmal die Frage, wer von Ihnen möchte denn dirigieren? Ja, ich bin immer furchtbar. Ja, ich bin immer furchtbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.